Mensch. Ähm, nö. Ach so, da lang, also ehrlich. Das sind so Wege, wo ich mir denke, müssen die sein. Sehr herzlich, mir bricht man sich ja eher das Bein als, naja, als alles andere. Irgendwas, was ich hier öffnen muss? Nö. Ah, der Raumanzug. Ja, aber ich werde gleich nervös, ich muss erstmal wohin, wo der Kaiser von China auch hin muss. So, da bin ich wieder. Ja, weiter, also, ich habe erst gedacht, das ist eigentlich so ein Spiel, ach, da reibt man durch, wie es sich am Anfang so dargestellt hat. Und, ähm, ist aber nicht so. Ist überhaupt nicht so. Okay, hier ist alles rot, da ist, hier geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter. Hier ist der Durchgang. Muss ich mal gucken, ah, da ist ein Knopf. Dekomprimieren, bitte. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich alles sofort finde und nicht, dass ich mich wieder irgendwo, ach du Scheiße. Wow, hier strahlt die Sonne direkt drauf, wa? Dafür ist aber ziemlich schnell, der kann ja richtig rennen auf dem Mond. Ich dachte, das geht durch die Schwerkraft gar nicht. Ich werde jetzt nicht schießen. Ähm. So, da war ja eigentlich noch eine weitere. Okay. Gras. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ähm. Ich gehe noch mal hier hoch, vielleicht komme ich ja hier irgendwie, hier oben drauf irgendwie. Ich bin gestern, habe mich gestern mit frühzeitig hingelegt, aber, nada. Ich will wieder nicht dazu kommen. Okay, von hier aus kam ich. Die Musik ist schrecklich. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt mal diese komische Kante. Ja, ich werde diese Mondmission jetzt noch fertig machen. Und dann werde ich mal schauen, dass ich hier, dass ich dann langsam einen Cut mache für heute. Weil dann habe ich auch schon da. Lange genug gespielt. Lange genug gespielt. Wird ich eigentlich runterspringen brauchen. Okay, da geht es nicht weiter. Okay. Jut. Super. Super. Oh Gott, schaffe ich das? Meine Fresse. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Super, und jetzt muss ich dann auch da draufhauen. Ey, auf dem Mond, das war gerade ein schöner Ausflug, oder? Ich habe die Erde jetzt mal nicht gesehen, aber ich habe die Sonne gesehen. Ähm... Gut, dann wollen wir mal. So, jetzt kriege ich wieder selber Luft. Okay, ich gehe jetzt mal hier lang. Nichts weiter. So, habe ich jetzt was, was ich brauche? Ich erinnere mich an diesen Moment, damals im Lager. Ich kannte sie gut. Zäh, mit eisernen Willen. Keine Familie mehr. Alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben. Sonst ist kein Platz für Fragen. Okay. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben sie. Ich frage mich, was für ein Gott so viel leid tun lässt. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Muss das jetzt sein? Ist ja ekelhaft. Hat er sonst keine Probleme? Mann ey, hol den Chirurgen. Aber bitte nicht in Let's Play. Den kriegt man ja kotzen. Erstmal will ich schauen, ob es denn nicht noch irgendwas gibt, ja? Gut. Oh, noch mehr? Ich bin sanft. Ich werde jetzt nicht alles so umbringen, dass ich hier... Ach, das war die Schlösser. Die hat also keinen besonderen Wert. Warte, ich fällst mir aus hier. Meine Fresse. Aber da muss ich mal hoch. Ich kriege den Typen einfach nicht. Ist egal, wie ich hier schieße. Ich darf immer annehmen, wa? Hm. So. Da hinten sind auch noch welche. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen umschauen, ja. Da muss ich definitiv hin. Hm, das war's. So. Weiter jetzt. Und rauf da. Ja, rüber da. Na, dann wollen wir mal hier rüber. Mal gucken, was uns da wartet. Ähm. Ah, da war eine Treppe. Habe ich gar nicht gesehen. Na, ruf da mal. Okay. Das wird ja mal aggressiv als Spiel. Das wird ja klar. Vielen Dank.